Come on, you love! Wir sind jetzt hier im Nussdorfer Pfaffi drauf, am Grab von Pepe Blum, vielen von euch wahrscheinlich bekannt, als Kapitän des Wunder-Teams. Ein röblinger Urgestein, im wahrsten Sinne des Wortes, ist 1918 vom NAC zu Wiener gekommen und hier bis 1933 als Spieler, vor allem als Verteidiger, aktiv gewesen. Pepe Blum war zur damaligen Zeit ein wirklich technisch herausragender Spieler, ein gefüchteter Freistoß und auch Elfmeterschütze, hat knapp 300 Spiele für die Vienna absolviert, in dieser Zeit 33 Tore geschossen und gehört natürlich zu den herausragenden Vienna-Legenden. Nachher war er dann auch Trainer nach seiner aktiven Zeit, zunächst bei der Austria, später dann auch bei der Vienna, zwischen 1938 und 1941, ist als Trainer im Ausland sehr weit herum gekommen und ist 1956 verstorben. Wir sind aufnach 50, verstorben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020